Strrrrrrr Strrrrrrr Lötz Gung Ah, da ist eh geil Was? Jetzt braucht man Masken erstmal Und ich brauche Waffen Ja, geh her, ich schüsse an einen Zander Der ist dummide Hey, hey, hey Wann hab ich da mal? Beruhigende Handcreme Beruhigende Handcreme Oh, lecker Beruhigende Handcreme Brauchst die Hey, ob das? Hey, das sollst eigentlich mal Äh, den nehm ich jetzt mal mit da Naja, das muss jetzt keiner am Dach um Das wundert mich schon Fallen lassen, alles ablegen Hey, was schüsse denn da auch nicht? Glaub ich Spindel Oh, ne jetzt nicht wegwerfen Scheiße Hey, die Handcreme kannst du ja nicht mal benutzen Was nicht für ein Schmand Wo bist du denn jetzt? Schmeidige Hände oder was? Ja, ich möchte das hier einreiben Und dann wird der Oh, leck! Oh, scheiße! Jetzt hab ich keinen Platten mehr schon wieder Und dann hätten wir gedacht Und dann hätten wir gedacht Dass der, wenn du die Creme nimmst Dass du beim Zielen nicht so Dass du schöner zielen kannst Und das nicht so hin und her wackelt Dass der dann ganz gestartet ist, weißt? Dass alles so eine Bedeutung hat Dann brauchst du dir die Luft halten Dann bist du ganz gestartet Dann zieht du dich ganz weit rein Wie geht das mit dem Luft halten gleich mit dem Schiff? Schifftasten drücken Dann halt du die Luft dran bis es ganz gestartet Ach, das sag ich nicht Dann triffst du total sicher Nein, bei mir nicht Ja, mit dem Sniper schon Ja, mit dem Sniper aber mit den anderen Da dreht sie auch so übereinander Jetzt kommt die scheiß Handgranaten wieder Handgranate 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 Die Pannstelle da ist leer, das gibt es ja nicht Das ist ja ganz selbst meist Wahrscheinlich sind sie alle drin, weil ein Dressort drin ist Und? So leer ist sie nicht Ich hab's bloß immer gezingelt Ich hab's bloß immer gezingelt Okay Die auch, oder was? Ja zur gleichen Zeit Scheiße Jetzt hab ich grad gehandelt Jetzt ist mein Quar ist weg Zur gleichen Zeit haben sie es dann Gleichzeitig, weil ich mit denen da eher zusammenschießen Wirst du auch, dass wir gleich zweites getan haben Wir sind ja so Helden da Oh Scheiße Oh Scheiße Jetzt sind zwei Super Waffen Welch Scheiße Oh mei Eieieiei Wie schaffen wir's nicht zu den Scheiß Kenn ich gar nicht Nein Jetzt schau mir schon so Pippeldinger weg Ja 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 Ich glaube, du hast die wichtigen Sachen noch. Ja, das ist ja ideal. So. Jetzt schauen wir mal rein da. Da ist ja eh gleich die erste gesessen. Da ist ja rein gegangen, oder? Weil dir aufgegangen ist, oder bist du das? Nein, da ist ja rausgegangen. Was? Da ist der? Eine Waffe. Wunderbar. Was ist da? Da ist ein Dressort drin. Wunder drauf. Ja, bestimmt. Wenn da schon einer rauszugehen. Das ist ja noch nie gemeint. Oh nein. Ich baller da jetzt einfach drauf. Blinde. Nein, nichts ist drin. Was sind denn die Reine da? Das ist ja dann selbst nice. Freilich, da schon her. Wo waren die? Ein zweiter Platten und ein hunderter. Ein zweiter Platten und ein hunderter. 100 Dollar. Nein, ein zweiter Platten im Westen. Oder ist er oben? Ist der da oben jetzt das mal? Keine Ahnung. Da steht auch, oder? Ja. Ich muss ihn da herun sehen. Da ist... Oh, da ist er da gefangen, ey. Geisel dafür befreien. Da liegt er noch im Bett. Ich will nicht sterben. Okay. Seit wann ist denn da ein Geisel drin? Ah, du Scheiße. Ich hab mir schon gedacht, warum liegt der da am Boden durch? Ich weiß noch gar nichts. Ich schwöre es. Seit wann ist er da schon von Haus aus ab? Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Scheiße. Jetzt spielen wir rein zum Scheiß zusammen, ey. Normalerweise hast du bloß reinkommen, wenn du einen Schlüssel hast. Wenn du einen Auftrag hast. Ja, normalerweise schon. Aber zu. Du hast sechsmal, wie es uns geht. Das haben wir noch nie gehabt. Du hast ja immer erst so einen Auftrag holen müssen. Ja eben. Sechsmal, wie es uns geht, du. Ja. Was wir mir für Pechvögel seien. Die Pechvögel. Die Pechvögel. Oh, jetzt eine Nase noch mal raufig. Du. Das ist jetzt schlecht. Da wird es noch 5. Ja, dann tun wir halt auch die Waffe rein. Da ist immer am besten gelaufen. Oder wir nehmen unsere 2 Stunden Waffen. Ja, kann man auch machen. Ja, das ist ja da. Dann haben wir alle 2 Stunden das nutzen. Ja, sonst nützt man es eh nicht, oder? Ja eben. Also, einmal können wir schon machen, wenn wir jetzt... Oh, die Geisel jetzt. Aber jetzt werden wir nicht gleich sterben, gell. Jetzt gehen wir aber gescheiter Uhr acht. Nein, jetzt werden wir nicht gleich sterben, sondern sofort, wenn wir eltern. Ja, genau. Das könnten wir jetzt das Spiel. 2 Sekunden. Ja, das haben wir ja eh gehabt. Und dann haut es mich raus, wie es spät ist. Zeit passt euch. Nicht, da haben wir jetzt nicht auf die Zeit schauen tun. Ja. Wir sind aber schon getroffen. Ding, du. Was bist du denn jetzt wieder zurückgegangen? Ich leite der Nummer nach. Ich habe mich schon gewundert, weil die Tier aufgegangen ist. Ich habe mich jetzt da ein Spiel rein gerannt. Hat die... Ja. Ich habe das gehört. Ja. Ich habe das schon gehört. Hast du nicht auf Play gedruckt? Ich läuft ja nicht mehr. Hallo. Ja, ich starte aber nichts. Ich bin wieder zurückgeflogen. Geh raus, brich ab. Scheiße, jetzt kann ich nicht abbrechen. Geht nichts. Du bist doch mit drin. Nein. Ich bin auch für die Bereitschaft. Ich bin auch für die Bereitschaft. Wie warst du? Wie warst du jetzt wieder anders? Battle für die Treizeiter oder was? Nein. Kannst du abbrechen unter Bereitschaft unter linken Fate? Kannst du abbrechen. Tu mal das. Geh mal den Drucker. Was geh? Nein. Ich bin drinnen. Nein. Ich kann es nicht mehr abbrechen können. Achso. Oder ich geh jetzt raus. Ist ja Wurscht. Geht zum Ausgang. Ja. Wo ist denn da jetzt einer? Schauen wir mal. Der Wahnsinn. Nein, der ist eh gleich voran. Ja eben. Der ist eh gleich da. Dann mach ihn. Ja super. Warum das sich dann unterbricht so komisch? Nein, da kämpf ich jetzt nicht. Dann schau ich jetzt so schnell wieder raus. Sonst liegen die in der Nacht für Medipacks oder was? Dass du eh schnell noch mitnimmst, bevor du das... Ich bin froh, wenn ich jetzt raus bin. Dann bleiben wir gleich gespülen. Dann bleiben wir gleich gespülen. Ja jetzt, warte. Jetzt will ich gleich raus. Ich werde glaube ich nicht stirben. Ah, da ist ja wieder das scheiß Nest da. Der Filter Medipack da schnell. Oh, wer schießt denn da schon wieder? Ja, weil ich denke, dass du allein bist. Jetzt haben wir uns eh eine Chance. Jetzt gehen sie gleich auf. Ja, ja. Ich bin gleich... ...aus wieder von der Seuche. Ja, ja. Könnte jetzt schaffen. Wenn er da ist. Warten sie mich schon wieder Handkarten her schmeißen. Mhm. Cooli, 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 cooli. Hast du es gehört? Was? Hast du nicht gehört? Nein. Was denn? Weil ich schon am Ausgang gestartet hab. Achso. Wie nicht gehört jetzt? Eine coole Waffe hätte ich noch jetzt nicht verloren. Na eben. Weiß. Du kannst dabei einen Spieler killen und einen Markt mit rausnehmen. So ein Auftrag für die ist. Ja. Mach ich sofort jetzt, Robi. Ja. Dann ist der Platte nicht wieder weg. Mhm. Und schon bin ich drin. Jawohl. He Watt, du. 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 Wie lange brauchen wir denn zum Abbringen? Normalerweise hüpft er gleich ab. Ja. Vier Sekunden oder so. Zeit auch alle wei. Abkommen. Jawohl, ich bin schon dran. He Watt, du. Gut, dass der gleich nebenan war, du. He he he. Was trotzdem sehr lange dauert, he. He he. He he. He he. He he. So schnell sind wir normal nie. So schnell sind wir tot normal. So schnell stehen wir normalerweise. He he he. He he. Du kannst dich kurz erholen. Jawohl, ich bin erholt. Na. He he. He he. Ich wollte es nicht scheren. Okay. Wenn es feiert wird, dann schau ich schnell. Ja. Zu gleich. Ja. So gehen es um. So gehen wir uns um. Und jetzt will ich gleich wieder folgen, ich warte mal so. Jawoll! Jetzt! Jetzt! Da in dem Titelbeutel hättest du normalerweise. Da 24 ms Ping hab ich da. Suche nach einem Spiel. Da steht's drunter, links in dem Fettel. Wo das Radar rundum gereist. Was hast denn du da für einen Ping? Let's check. Level 1 wird geladen. Worte Level wird geladen. Hallo? Bist du noch da? Hallo? Bist du noch da? Hallo? Ich glaube, da wird der Konton oder was? Hallo? F-11 drunter. Hallo! Hallo? Bist du noch da? Hallo? 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 Hörst du mich? Sag was! Druck F11 Und F9 Erkundet, erbeutet und sichert Daten für Zugang zu neuen Missionen. Hallo? Feindbedrohung ist hoch. Rechnet mit Kontakt. Hallo, hallo? Die goldene Waffe hat er wieder dabei. Hörst du mich? Hörst du mich? Hörst du mich? Hörst du mich nicht? Hörst du mich nicht? Tuck mal F11 oder F9 Ich hör gar nichts, eh. Also, das heißt, ich muss mir wieder rausschneiden, weil irgendwas nicht stimmt. Oder hast du die Kopfhörer nicht gescheit angesteckt? Jetzt pass auf. Da ist eh ein Auto und dann fangen wir mit dem, wenn du mich hörst, runter zum Ausgang. Hörst du mich nicht? Hallo, hallo? Bist du hier drin? Huhu. Huhu. Hallo. Wir müssen zum Ausgang. Spring einmal. Wenn du mich hörst, spring einmal. Mit Leertaste. Hallo, hallo? Geht der Alarm an, oder? Hörst du mich? Fangen wir zum Ausgang, oder? Steig ein. Fahr zu. Jawohl. Ab der vor dem Land. Über Stock und Stein, über Felsen, über Berge. Berg und Talfahrt ist das, nenne ich das. Ein Wahnsinn. Aber das ist dumm, wie es der gefährliche Ausgang ist, oder? Aber ich kann gehen. Oh, leck. Verbindungs- Was ist da? Fahr mal ein Ausgang. Ich hör dich nicht. Ich hörst du mich schon, oder? Also. Da haben wir wieder Einstellungen machen können. Oh, leck. Ich hab' eh. Ich gehst ihn zweimal. Mit deiner Fahrerei haut's mir das wieder aus. Oh, leck. Da ist das Dachfenster, aber auch nicht drin, dass es mich auswirft. Ich renne mich jetzt mal da an den Deckel. Oh. Oh, leck. Oh. Oh, leck. Das Auto hier, oder was? Ist er nicht sie da rauf? Oh, einer ist schon am Ausgang, wie ich sehe. Der Hubschrauber ist gerade weggesteckt. Hau nicht zu oben. Hau die Macken durch. Hau nicht zu oben. Woher wollen wir es tun? Ach, ich will nicht mehr. Scheiße. Da war ich jetzt schnell und du. Was hat er? Da hat er noch irgendjemandes verloren da. Der Rauf. Oh leck. Ein Spieler. Noch ein Spieler da. Er ist draufgegangen im Herrschaft. Oh leck. Oh leck. Scheiße. Geh weg du Scheiße. Hier sehe ich nichts. Oh leck. Oh leck. Oh leck. Oh leck. Oh leck. Oh leck. Wer schießt denn da noch? Flanate. Oh leck. 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 Ich muss ja auch daheim. Oh leck eine��. Ihm. Schulze zu der Verräter ist. Oh leck. Will das einmal boback? Oh leck. spiele oder nicht hat dieser spiel oder weg die tisch aufs nur ich muss noch mal her die kuh lecker Ohohohoho Es wird die Dinge ohne Ton Ohne Dinge ohne Spielertagen ohne Ton Hängt sie mit was anderes du Hallo, Robert? Ja, hörst du mich jetzt wieder? Ja, ich hab dir die ganze Zeit gehört und ich hab auch meine Sprecher gesehen. Warum ist das nicht gegangen jetzt? Ich hab nichts gehört. Hallo? Hallo? Hallo, hallo? Ja? Hallo? Ich weiß nicht warum das nicht gegangen ist. Ich hab die ganze Zeit die Sprecher gehört und ich hab auch meinen Namen aufleuchten gesehen. Weißt du nicht, dass ich sprich? Den Namen? Normalerweise sagt sie ja bloß den Lautsprecher an der Seite. Ja, unten dann ein Lautsprecher. Aber am Anfang hat sie die ganze Zeit meinen Namen gesagt. Soll ich lieber ganz neu starten nochmal. Ja genau, starten wir nochmal ganz neu. Okay. 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 Okay.